Wallenfels ist eine Stadt im Osten des oberfränkischen Landkreises Kronach in Bayern. Sie ist das Zentrum der Region Oberesrohdachtal und vor allem durch die Flößerei bekannt. Wallenfels ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Geografie Wallenfels gehört zur Planungsregion Oberfrankenwest und liegt im Naturpark Frankenwald im Tal der Wildenrohdach. Die höchste Erhebung ist der Gäuserberg mit 708 Meter. Gemeindeteile sind Das Gemeindegebiet von Wallenfels liegt klimatisch im Übergangsbereich zwischen mittelgebirgs- und kontinental getöntem Klima. Die Temperaturunterschiede werden durch den hohen Waldanteil gedämpft. Geschichte Im Jahr 1126 wurde Wallenfels erstmals als Ilova urkundlich erwähnt. Der Name Wallenfels fand 1248 erste Verwendung. Wallenfels im heutigen Regierungsbezirk Oberfranken gehörte zum Hochstift Bamberg. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 kam der Ort zu Bayern. Seit 1954 ist Wallenfels Stadt. Am 12. November 2015 wurden in einer Wohnung in Wallenfels die Leichen von acht von der Mutter ermordeten Säuglingen gefunden, was weltweit mediales Aufsehen erregte. Einwohnerentwicklung Zum 31. Dezember 2014 lebten in Wallenfels 2786 Einwohner. Aufgrund des demografischen Wandels ist die Einwohnerzahl stetig rückläufig. In den 1970er Jahren wurde der Höchststand von über 4000 Einwohnern erreicht. In den letzten Jahren konnte der Rückgang durch verschiedene Maßnahmen gebremst werden. Wallenfels ist fast ausschließlich katholisch geprägt. Im Stadtgebiet gibt es vier katholische Gotteshäuser. Die evangelische Pfarrgemeinde unter Rodach Wallenfels unterhält in Wallenfels einen Bettsaal für evangelische Christen. Am 1. Juli 1971 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Neuengrün mit dem am 1. April 1951 hinzugekommenen Teil der ehemaligen Gemeinde Wolfersgrün eingegliedert. Am 1. Januar 1972 kam Schneid hinzu. Wolfersgrün und ein Teil der Gemeinde Gäuser folgten am 1. Juli 1972. Politik Der Stadtrat hat 17 Mitglieder einschließlich des hauptamtlichen ersten Bürgermeisters. Die Sitze waren und sind wie folgt verteilt. 1 Stand Kommunalwahl am 2. 2 Stand Kommunalwahl am 16. Bürgermeister 1996 zu 2014. Peter Hänel Seit 2014 Jens Korn Die Wappenbeschreibung lautet Gespalten von Gold und Silber vorne ein mit einer silbernen Schrägleiste überdeckter, rotbewährter schwarzer Löwe. Hinten auf dreiteiligem silbernen Felsenberg nebeneinander drei grüne Laubbäume. Städtepartnerschaften England England Seit 1984 ist die englische Stadt Bingham bei Nottingham Partnerstadt von Wallenfels. Zur Förderung der Städtepartnerschaft wurde 1985 der Verein Förderkreis Bingham Wallenfels e.V. gegründet. Gegenseitige Besuche finden regelmäßig statt. Kultur und Sehenswürdigkeiten Musik Musikverein Wallenfels e.V. Wallenfelser Blasmusik e.V. Blasmusik Neuengrün Schlegelschade e.V. Von Mai bis September finden alljährlich die überregional bekannten Floßfahrten auf der Wilden Rodach statt, zu denen an den Wochenenden zwischen 500 und 1000 Gäste kommen. Bei der Wallenfelser Kirchweih Ende Juli wird die Nachtfackel Floßfahrt Rodach in Flamm mit tausenden Besuchern durchgeführt. Zur dauerhaften Sicherung dieser Touristenattraktion ist ein größeres Staubecken im Bereich des Stadtteils Schnappenhammer geplant. Das beschilderte Wanderwegenetz des Wanderzentrums Wallenfels eignet sich für Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Es gibt verschiedene Leerpfade. Wallenfels ist außerdem Teil des Nordic Walking Zentrums oberes Rodachall. Bauwerke Hammer Schneidmühle an der Wilden Rodach 1997 General überholt ist seitdem wieder als Sägemühle in Betrieb. Schlossberg Kapelle auf dem Schlossberg mit Kreuzweggang Stadtpfarrkirche Sankt Thomas Historische Schleusenbauwerke an der Wilden Rodach aus der Zeit der Flößerei Hauptartikel An Sport- und Freizeiteinrichtungen gibt es Tennis- und Fußballplätze, eine Skateanlage, ein beheiztes Freibad mit Beachvolleyballfeld, einen Camping- und Zeltplatz, einen Bolzplatz. Ausgeschilderte Mountainbike- und Nordic Walking-Strecken und für Radfahrer und Inlineskater ein ausgedehntes Radwegenetz. Sportvereine FC Wallenfels SV Wolfersgrün Neuengrün Tennisverein Wallenfels TTC Wallenfels Schützengesellschaft Wallenfels Schützenverein Wolfersgrün Regelmäßige Veranstaltungen am Faschingsdienstag findet alljährlich der Wallenfelser Faschingsumzug statt. Frohnleichnamsprozession mit der Schwedenfahne und dem Soldatenzug sowie die Flurumgangsprozession. Schützen- und Volksfest im Juni Wallenfelser Kirchweih mit Rodach in Flammen am letzten Juli-Wochenende Wallenfelser Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende Wirtschaft und Infrastruktur Die Wirtschaft ist geprägt von der Holzindustrie. In Wallenfels gibt es vier größere Sägewerke und neben einigen mittelständischen Industriebetrieben vor allem kleine bzw. mittelständische Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Der US-Konzern PPG Industries unterhält am Ort eine Betriebsstätte. Alle Einrichtungen der Nahversorgung einschließlich Discounter und Tankstelle sind vorhanden. Wallenfels wird in Ost-West-Richtung von der stark befahrenen Bundesstraße 173 verkehrsmäßig erschlossen. Während die Bundesstraße jahrzehntelang durch den Stadtkern führte und insbesondere der Schwerlastverkehr im Zuge der Deutschen Einheit sich zu einer massiven Belastung der Bevölkerung im Mengenteilgrund entwickelte, wurde unter großem technischen Aufwand in den Jahren 2001 bis 2004 eine Ortsumgehung gebaut. Die nächste Anschlussstelle zur Bundesautobahn 9 ist ca. 20 km entfernt. Die Bahnanbindung über den im Ortsteil Erlabrück gelegenen Bahnhof Wallenfels an der Rohdachtalbahn besteht für den Personenverkehr seit dem 30. Mai 1976 nicht mehr. Der Güterverkehr auf dieser Strecke wurde 1989 eingestellt. Regelmäßige Busverbindungen im Nahverkehr bestehen nach Kronach sowie nach Bad Steben. Außerdem verkehrt seit Juli 2015 zwischen den Stadtteilen und dem Hauptort zweimal wöchentlich der Wallenfelser Bürgerbus. Bildung Bildungszentrum Wallenfels Außenstelle der Volkshochschule Kreis Kronach Ökologische Außenstation der Universität Bayreuth Söhne und Töchter der Stadt Lorenz Günther Köstner Fußballspieler und Trainer Wolfgang Müller Langläufer und Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen 1980 in Leckeplasset Matthias Ring Derzeit Bischof der Altkatholischen Kirche in Deutschland Sonstiges Im Mai 1962 übernahm die Stadt Wallenfels die Partnerschaft für das Stück- und Schwergutfrachtschiff Wallenfels der Hansalinie in Bremen.